Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute Nacht um 3 Uhr kam der DLC raus, die türkis-grüne Maske mit dem süßen Pokémon hier. Und ich werde versuchen, relativ spoilerfrei zu sein, vor allen Dingen was die Story angeht, weil die Story für Pokémon-Verhältnisse wirklich wieder sehr gut ist. Aber ich muss trotzdem eine Spoiler-Warnung aussprechen, weil es könnte schon sein, da ich hier und da über Dinge spreche, die euch etwas spoilern könnten. Ich werde es aber versuchen, so weit wie möglich spoilerfrei zu halten. Wenn ihr den DLC noch nicht angespielt habt oder den später spielen wollt, dann könnt ihr euch das Video trotzdem angucken und ich versuche wirklich so viele Spoiler zu vermeiden, wie es irgendwie möglich ist. Also fangen wir mal an. Ich hatte mir schon ein bisschen überlegt, wie ich das Video aufbaue, weil wer mich kennt, weiß, dass ich aktuell nicht so happy bin mit Pokémon Purpur und Karmazine. Ich möchte aber jetzt nicht hier wieder bashen über die Qualität, die Texturen oder diese ganze Performance-Ding. Ich denke, da weiß jeder meine Meinung zu und dass das Game nicht das Hübscheste auf der Switch ist, sollte, glaube ich, bekannt sein. Deswegen lassen wir das Thema komplett außen vor und konzentrieren uns darauf, was wirklich gut ist, weil es gibt wirklich gute Sachen im DLC, die ich gar nicht so gedacht hätte. Und da fangen wir direkt mal mit dem ersten an und das sind die Pokémon-Boxen, die jetzt endlich zügig laden. Guckt euch das an, wie schnell die Boxen laden. Ist das nicht wundervoll? Man kann hier richtig schnell durchzappen und die laden in sind. Sehr gut, endlich ist es da. Freut mich extrem. Sollte natürlich eigentlich ein Must-Have gewesen sein zum Release letztes Jahr, aber es ist endlich soweit und die Boxen laufen jetzt richtig flüssig. Dann haben wir hier die schöne Katakami-Region, wo das DLC läuft. Und ich muss sagen, die ist wirklich groß. Die ist ungefähr 25% der Größe von der Paldea-Region. Wenn wir hier mal rüber gehen. Das war ja die komplette Paldea-Region. Und die Katakami-Region ist ungefähr 25%, also ein Viertel der Größe von der Paldea-Region. Also ist wirklich großzügig. Ich glaube, ist sogar größer als die Map damals im ersten DLC von Schwert und Schild. Also die Welt ist wirklich groß und relativ abwechslungsreich. Also ich bin echt relativ zufrieden mit der Größe des DLCs. Außerdem haben wir mit dem DLC einen neuen Battle Pass bekommen. Also wenn ihr den Pokédex hier befüllt, dann gibt es hier wieder einen schönen Battle Pass. Insgesamt vier Battle Pass-Stufen. Wenn ihr den Pokédex aus der Paldea-Region bereits vollendet habt, dann habt ihr direkt zu Beginn 100 Pokémon auch im Katakami-Pokédex. Das heißt, die ersten beiden Stufen habt ihr sofort drin, wenn ihr den Paldea-Pokédex schon voll hattet. Ich habe jetzt hier schon einiges an Pokémon gefangen in der Katakami-Region und deswegen ist jetzt hier auch mein Battle Pass schon direkt voll. Wo wir beim Battle Pass... Oh, da kommt sogar eine nächste Seite. Okay, ich nehme alles zurück. Ich weiß nicht, wie viele Seiten hier kommen. Lass uns überraschen, was da noch kommt. Und wir können mal gerade gucken, wie viele es insgesamt gibt. Weil wenn man 150 in der Katakami-Region gefangen hat, dann kommt die Ursa-Luna-Quest-Reihe, womit ihr dann Ursa-Luna fangen könnt. 199 gibt es, also fast 200. 100 Stück habt ihr von der Paldea-Region direkt drin. Also sowas wie Barschhof, Serbo, Olangar und sowas ist ja schon Paldea drin gewesen. Habt ihr dann nochmal hier im Katakami-Pokédex. Und sobald ihr 150 habt, ich habe jetzt 140 gerade, dann... Ne, 127 habe ich gerade. Wenn ihr 150 habt, dann erscheint die Ursa-Luna-Quest-Reihe, womit ihr das besondere Ursa-Luna fangen könnt. Das neue Ursa-Luna ist also keine weitere Entwicklung vom normalen Ursa-Luna oder eine andere Entwicklung von Ursa-Ring, sondern ein eigenständiges Pokémon, was ihr mit der Quest-Reihe dann fangen könnt. Außerdem wurden einige Fähigkeiten geändert. Neue Attacken, wie zum Beispiel Grasrutsche, da hatten wir im Stream schon drüber geredet gestern, kommen zurück. Und es gibt eine ganze Menge neuer TMs, die ihr hier in der Welt finden könnt und die ihr auch am Schalter wieder bauen könnt. Und außerdem wurden einige Quality-of-Life-Änderungen reingebracht. Unter anderem, dass ihr auf der Karte jetzt unten links die Karte nach Norden ausrichten könnt oder halt auch nicht. Und ihr könnt, wenn ihr von eurem Spieler weggeht, sofort wieder zum Spieler zurückspringen, falls ihr den verloren habt, mit Plus könnt ihr dort direkt wieder zurückgehen. Außerdem könnt ihr am Pokémon-Center-Schalter jetzt nach TMs filtern, die eure Pokémon, die ihr gerade dabei habt, lernen können. Das heißt, es werden nicht mehr alle TMs angezeigt, sondern nur noch die, die ihr wirklich lernen könnt. Ist eine gute Hilfe, um vielleicht mal die TMs so durchzugehen, wenn man jetzt vielleicht nicht das Poké-Wiki unbedingt dabei hat. Wenn man jetzt hier den Schalter anspricht, dann kann man hier nach erlernbaren TMs filtern. Und dann werden dort nur die TMs angezeigt, die das Pokémon jeweils erlernen kann. Ist eine ganz coole Sache, schön, dass es mit dabei ist. Was ich auch erwähnenswert finde, von den ganzen Pokémon, von den alten Pokémon, die wir da reinkommen, kommen auch die Sinnoh-Starter. Das heißt, ihr könnt euch Sumpex, Logok und Gewaldro von Pokémon Home rüberziehen. Und ihr könnt die auch hier in der Welt finden. Wie, werde ich nicht verraten. Da könnt ihr eigentlich easy selber drauf kommen, wenn ihr in DLC spielt. Da will ich nicht zu viel verraten. Ich finde es aber schon wichtig zu wissen, dass gerade von den alten Pokémon die Sinnoh-Starter wieder mit dabei sind. Da freue ich mich extrem drüber, weil das so mit meine Lieblings-Starter sind. Übrigens, dieses Ogapon-Pokémon hier, was ihr hier seht, das ist kein legendäres und auch kein mystisches Pokémon. Das heißt, ihr könnt dieses Pokémon ganz normal in der VGC oder in Online-Battles in Rank nutzen. Ohne Restriktion, kein legendäres, kein mystisches Pokémon, könnt ihr jederzeit benutzen. Fand ich es auch eine Erwähnung wert gewesen. Das war es soweit mit allen Infos zum DLC. Ihr müsst eigentlich jetzt nur noch aufpassen, dass ihr den richtigen DLC kauft. Das heißt, wenn ihr Karmesin habt, müsst ihr den Karmesin-DLC kaufen. Wenn ihr Purpo habt, ihr ein Purpo-DLC. Wenn ihr den einen oder anderen Euro sparen wollt, schaut auf jeden Fall bei Instant Gaming vorbei. Da gibt es den nämlich auch etwas günstiger. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem DLC. Da wünsche ich euch wirklich ganz viel Spaß mit dem DLC. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterspielen. Und würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Sehr über ein Like auf dem Video. Und sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.